Musik Kurz nach halb 10 rollt er als erster auf den Waldheimer Obermarkt. Matthias Hühn aus Wurzen auf einer Wanderer aus dem Jahr 1926. Auf der Burg Krebstein sind die Maschinen gestartet zu einer 125 Kilometer langen Rundfahrt durch Mittelsachsen. Die Vintage-Phase ist die ganz frühe Motorradtechnik. Sie erkennt das an den Einstecktanks. Die Tanks befinden sich nicht oberhalb auf dem Motorrad, sondern im Rahmen drin. Das zauberre Rahmenrohr läuft über den Tank. Hier in Waldheim gibt es jetzt den ersten Kontrollpunkt. Auf den Viereck, genau mit dem Hinterrad anhalten, genau darauf zum Stehenkopf. Ich arbeite nicht umdrehen, ich fuhr ja die Füße runter und habe mich nachkorrigiert. Genau darauf dann zum Stehenkopf. Zum vierten Mal seit 2007 hat der Verein Oldtimer Rallye Krebstein e.V. zum Treffen der Motorrad Oldtimer auf die Burg Krebstein eingeladen. Der Zuspruch war so riesig, dass bereits im Januar die 180 Starternummern alle vergeben waren. Eine Wanderer mit 4,5 PS für 1920, pilotiert von Jan Techner aus dem Markkranstil. Der Waldheimer Biker-Stammtisch hatte vor sieben Jahren die Idee, zu einer solchen Rallye aller zwei Jahre einzuladen. Stefan Genscher vom Waldheimer Biker-Stammtisch kommentiert das Geschehen fachmännisch für die vielen Zuschauer hier am Obermarkt. Unter den Fahrern ist auch der Organisationsleiter der Krebsteiner Oldtimer Rallye, Michael Fuse. Er fährt auf einer Ariel aus dem Jahr 1929. Wunderbar aufgebautes Fahrzeug, schönes Boot, sehr stimmiges Fahrzeug. Im Beiwagen sitzt Sohn Moritz als Nachwuchsfahrer. Wir freuen uns, dass es alles so klappt, Michael, oder? Wer da passt, danke für alles. Ohne Michael hätte das hier so nicht stattgefunden. Herzlich Willkommen, Lisa. Eine der wenigen Frauen am Start, die ihr selber fährt. Wunderbares Fahrzeug. Unter den zwölf Frauen, die sich zur Rallye angemeldet haben, ist auch wieder Lisa Erber aus Kaisendorf. Auf einer BMW mit Boxermotor aus dem Jahre 1928. Auch nicht zum ersten Mal dabei ist die 20-jährige Susu Rokosch aus Riddersdorf. Auf einer unrestaurierten BMW mit Baujahr 1929. Der Start der Wach 78 gehört dem Rikus Bauer. Hier kommt Colli Braun. Von Waldheimer Beiderstand nicht. Wie geht's heute? Zügelzahe, Ali. 80 Prozent aller Maschinen hier im Feld der Rallyefahrer sind vor 1930 gebaut worden. Mithin also älter als 83 Jahre. Eine Augenweide kommt jetzt auf den Waldheimer Obermarkt gerollt. Der erste Benz Motorwagen aus dem Jahre 1886. Der Benz Motorwagen wurde von meinem Vater Jens Heschke gebaut. Originalgetreu nachgebaut vom Kfz-Meister Jens Heschke aus Hernhut bei Zittau. Hier vorgeführt von seinem Sohn mit Wrack und Zylinder. Der Benz Benzinwagen fährt allerdings auf der 125 Kilometer langen Rallye Strecke nicht mit. Von Waldheim aus geht die Fahrt weiter über Zickra, Leisnig und Wärmsdorf bis nach Wurzen. Am Nachmittag zurück über Merchau und Kolditz nach Griebstein. Bis auf drei Maschinen kommen am Abend wieder alle wohlbehalten in Griebstein an. , bis auf drei Maschinen und Wärmsdorf bis zur 19. Ein Wandelvergeist Busse Schil betrachtet werden alle wohlbehaltende Rallye Strecke nicht mit. Der Benzin in nach dem M thoroughly entfernt werden ein paar Schil. Vorages zum nächsten Mal. Dr Dürfen an ist die Franschrische. Vorages bis zum nächsten Mal. In deriatriere sindse untertitelt. Dürfen an ist immerhin in der Tatjana. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020